Und man wird mich fragen, wie komme ich zu Jiddisch und Jiddischkeit? Das weiss ich nicht. Ich weiss sicher nicht von Tata Mama. Ein bisschen von Seidebabe, aber auch von Seidebabe, Frau Vosje hat es nicht gehört, keine Sprache, nicht auf meine Schwester, nicht auf meinen Bruder, nicht auf keinen anderen, den ich spreche. Weil ich habe doch Schwesterkinder, die sie haben gehabt, Seidebabe, und sie sind ganz nicht verinteressiert. Und als man geht darüber zu Gliedschwesterkinder, die sie haben auch gehabt, Seidebabe, und sie haben auch so wie meine, gar nichts. Es verboss auf mich und nicht auf keinen anderen, ich habe nicht geimpft.